Hallo ihr Ödländer, willkommen bei Fallout 3. Oh, jetzt habe ich nicht gecheckt, glaube ich. Verdammt, egal. Ich habe nicht gecheckt, ob ich zu laut, zu leise, sonst was bin. Schlecht, aber gut. Wir kämpfen uns hier weiter durch. Wollt der Gast... Dann sind wir wieder am Anfang, oder? Ah, genau hier, da wo... Wir haben doch hier eigentlich diesen blöden Roboter fertig gemacht. Warum steht der jetzt wieder? Wurde anscheinend nicht ordentlich gespeichert. Na gut. Was haben wir denn hier? Jawohl. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers aus Chunktown. Bringt Feilschen. Bisschen voran. Hier, was haben wir hier? Zuckerbomben. Nehme ich auch mit. Hier, äh, Mentats. Die Kaffeemaschine können wir leider nicht aktivieren. Wir müssen sowieso nochmal hoch. Du siehst ein bisschen doof aus. Arbeite mal an deiner Frisur. Aber wir müssen eh nochmal hoch, weil wir ja... ... ... ... ... ... ... ... Zentralrechner irgendwie zum Laufen bringen müssen. So. Da vorne war doch auch, glaube ich, ein Zentralrechner. Erinnere ich mich, oder? Da irgendwo war doch dieser komische Rechner auf dem Gang. Da! Geschützstürmsteuerungssystem. Naja, gut. Zellentür? Was halten die hier gefangen? Den Zentralrechner. Den halten sie gefangen. Was sind die gemeint? Sie haben auf dem Vault-Tec-Zentralrechner zugegriffen. Oh, schade. Vault-Tec-Lagerorten-Zugangscodes herunterladen. Sehr gut. Haben wir jetzt eigentlich alle Vaults, oder haben wir nur die Vault 92? Vault 106. Vault 92. Oasis. Vault 108. Vault 87. Ah, es sind auch gar nicht so viele. Schade, dass man nicht weiter rauszoomen kann. Gut, Vault 101 hatten wir ja eh schon. River City. Flussschiffsanlegerstelle. Okay. Alter, ist die weit oben. Krass. So wie bei Mindfield reisen. Aber vorher möchte ich sowieso nochmal zurück. Zum Händler und ein paar Stimpacks kaufen und ein bisschen was verkaufen. Okay, hier können wir eh nichts mehr tun. Von daher. Krass. Hinab mit uns. Und raus hier. Aber immerhin. Wir haben endlich ein bisschen an der Quest weitergearbeitet. Ich hätte es ja nicht mehr für möglich gehalten. Nachdem wir ja so weit außen rumgegangen sind und nie irgendwie zum Ende kamen. Nachdem wir jetzt mittlerweile so stark geschädigt wurden. Und hier unten waren die ganzen Supermuttern drin. Genau, hier haben wir auch schon alles entdeckt. So, jetzt raus hier. Heilige Scheiße. Hat uns das jetzt viel Zeit gekostet. Na gut, okay. Perfekt. Dann haben wir es ja immerhin erfüllt. Wir haben hier noch eine U-Bahn-Station. Da müsste ich eigentlich... Oh, 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 oh. Das sieht nach einer gemeinen Falle aus hier. Druckplatte entschärfen. Dann kriegen wir hier auch ein paar Kampflinden dazu, ne? Gewehrfalle. Gewehrfalle entschärfen. Und hier ebenfalls Gewehrfalle entschärfen. Können wir die auch wieder scharf machen? Ne, wir können uns nur hinsetzen. Naja, gut, okay. Ich schaue ein bisschen blöd aus der Wäsche. Na gut, okay. Stehen wir wieder auf und reparieren wir unsere Kampflinte. Da haben wir jetzt auch einige. Gut, 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 gut. Äh, ja. Gut, wir können jetzt theoretisch direkt schnell reisen. Aber vorher möchte ich dann eigentlich doch nochmal einfach aus Neugier hier runter Metro Junction. Nicht, weil wir da irgendwie hin müssen. Nein, einfach, weil die Neugier mich leider fest im Griff hat. Und ich einfach nicht widerstehen kann, hier neue Orte zu entdecken. Und ich wette, hier sind schon wieder Feinde. Ja. Ja. Okay, wir sollten nicht die sehr rare und sehr wertvolle Magnum Munition verballern. Das nehmen wir lieber was anderes her. zum Beispiel eine der 10.000 Jagdflinten. So. Dass diese Kuhle aber auch wirklich nie was ordentliches dabei haben. Äh, ja. Da unten geht's schon wieder weiter. Ich werd wahnsinnig. Gut, wir könnten jetzt theoretisch... Ja, ich geh mal runter. Ich mein, zu tun haben wir jetzt eh nichts, außer zu Rollt 100... Ne, 92. Nur 92 ohne 100. zu laufen. Oh, hier geht's schon wieder weiter. In welche Richtung geht's da eigentlich weiter? Da? Ah, da geht's ja zu den anderen. Okay. Da wollen wir natürlich jetzt erstmal nicht hin. Da drüben geht's auch nur raus. Oder da sind wir auch schon gewesen. Ja, da geht's, äh, in Richtung Vernon Square North, glaube ich, raus, oder? Ja, gut, wir können ja mal probehalber da rausgehen. Vielleicht findet man noch irgendwas Interessantes. Obwohl ich's nicht glaube. Vernon Square, ja, genau. Ah ja, das ist dann einfach die... wieder die Seite. Da, wo wir schon mal rausgekommen sind. Also im Endeffekt nichts wirklich Interessantes. Waren wir da drin schon? Haben wir den schon ausgenommen, den? Den ist dann wieder zugemacht einfach. Ja, haben wir. Tatsache, okay. Dann ist eigentlich für uns heute nichts mehr zu tun. Dann kehren wir zurück nach... zu, ähm... Tenpenny Tower. Jawohl. So, dann möchte ich aber auch mal wieder handeln. Vor allem mal mit diesem... Na, wie hieß er gleich wieder? Ich weiß es nicht. Chief Gustavo, genau. Morgen. Was? Ähm... Waffenvorrat wollen sie mit mir haben. Ich denke, wir können ein paar Geschäfte machen. Hier ist mein Sortiment. Also gut. So, ähm... Fünf Millimeter... Oh, das ist sehr viel. Gut, dann verkaufe ich dir erstmal mal ein bisschen was. Äh, zum Beispiel... Ne, das verkaufe ich dir nicht. Waffen. Ähm... So, wir können dir zum Beispiel... Ja... Hast du selber eine? Weil dann würde ich den lieber reparieren und auf bessere Zeiten warten. Naja, gut. Und was kannst du hast? Ein paar Raketen. Ähm... Also, Kampfflinte... Jagdflinte. Kann ich dir auch wieder welche verkaufen? So, hier, bitte sehr. Die nutze ich sowieso nicht gerne. Hier, noch eine. Abgesägte Schrollflinte haben wir nie genutzt. Die 10 Millimeter Pistolen. Sehr gut. Ähm... 10 Millimeter Maschinen. Impulsgranaten wären mal wichtig, aber... Jetzt gerade erstmal nicht. Sturmgewehr, zwei Stück. Nö. Du hast ja keine... Du hast ja keine, ähm... Stimpacks. Was heißt, wir machen... Holen wir mal ein bisschen was anderes. Aufklärungsrüstung. Nö. Ähm... Hintergrund ist schon wieder die Fahrstuhlmusik. Da brauchen wir ein paar. Weil wir selber da noch ein bisschen was haben. Nehmen wir mal 288 mit. Dann schuldet er uns noch 12. Gepanzerte World 101 overall. Nein. Jagdflinte Laserpistole. Ist die in gutem Zustand? Nein, nicht wirklich. Ich würde sie auch nicht kaufen. Schrotpatronen. Gut, könnten wir theoretisch... Ich nehme mal die Splittergranate mit. Du hast nichts wirklich Tolles, wirklich. Naja gut, bisschen Sturmgewehrmung. Aber das findet man auch überall. Nö, Dankeschön. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch was brauchen. Ja. Keine unüberlegten Aktionen. Ich habe nicht mal die Waffe draußen. Und du... Unfreundlich sind die Leute hier wirklich. Hallo, ich habe hier eine Suite gemietet. Ich finde, ein bisschen Freundlichkeit könnte man wirklich erwarten. Hallo. Ey, wer bist du denn? Shakes. Willkommen zur Föderalisten-Lounge. Ich bin Shakes. Lust auf etwas Feuchtes für die Kehle? Ich hasse Roboter. Ich hätte gerne einen Drink, mein Freund. Schweigen. Mal mal schweigen. Ich verstehe, Sir. In Ordnung. Darf ich Ihnen einen Drink einschenken? Nein, ich muss jetzt los. Auf Wiedersehen. Du bist irgendwie komisch. Ein Roboter-Barkeeper. Okay, komisch. Ich meine, die Jukebox kann ich benutzen. Was ist denn das für ein grauenhafter Laden? Wie läuft's? Wie läuft's? Bis später. Tolles Gespräch. Wer bist du? Hallo. Dr. Benfield. Ich bin nicht im Dienst. Kommen Sie später. Ach, was zum Teufel. Bringen wir es hinter uns. Ich bin Dr. Benfield. Was kann ich für Sie tun? Ähm, ich bin verletzt. Ich brauche Hilfe, Doc. Wie ist das Leben im Tenpanetor? Können Sie mich von der Beschwanung... Ich muss jetzt los. Und immer daran denken. Hände weg von den Drogen. Es sei denn, ich verschreibe Sie. Jaja, genau. Bitte schön. Hallo. Ich werde, wenn ich dich liebe, bitte kannst du mir viel zu viele Drogen verschreiben. Ich mache mir Sorgen um Sie. Sie wirken immer so nervös. Stress ist schlecht für das Herz, wissen Sie. Hach, naja. Wenn Sie zufällig eine Pille haben, die meinen Mann verschwinden lässt, Doktor, dann nehme ich sie nur zu gerne. Damit müssen Sie leider allein fertig werden. Aber ich hätte etwas, das Ihnen helfen könnte. Kommen Sie bei mir vorbei, um sich das Rezept abzuholen. Hallo. Okay. Komisches Gespräch. Hallo. Anthony Ling. Hallo. Hey. Neu hier? Suchen Sie sich einen Tisch aus. Mit Ausnahmen des Tisches in der Ecke. Der gehört Mr. Tenpenny. Da sitzt niemand außer ihm selbst. Willkommen im Café Beaumont. Feinschmeckerkost und Bedienung vom Feinsten. Äh, ich brauche kein Lächeln. Ich brauche was zu... Die lächelt nicht. Die wirkt irgendwie so, als hätte sie gerade... Nein, schau mich nicht so an. Nein. Äh, ich brauche kein Lächeln. Ich brauche was zu essen. Die meisten Leute betrachten die schlechte Behandlung von Lebensmittelversorgern als Einladung, etwas Unerwartetes im Essen zu finden. Ich werde natürlich nichts dergleichen tun. Nee, tschüss. Ich hoffe... Ja, 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 ja. Ist recht. Ja, ich bin Lydia Montenegro. Sicher haben Sie von meinem Laden Boutique Le Chique gehört. Nein? Sie verkehren offenbar nicht in den richtigen Kreisen. Ich habe jetzt keine Zeit zum Reden. Hallo. Ist heute irgendwie grundsätzlich Pause? Ich brauche irgendwen. Hier ist irgendwie nur Pause. Okay, dann gehen wir mal in unsere eigene Suite. Um vielleicht mal ein bisschen Scheiß abzuladen. Ah, sehr gut. Erzähl mir mal den Witz. Das brauche ich jetzt gerade. Ein Neutron auf dem Weg in die Disco. Der Türsteher stellt sich ihm in den Weg und sagt, geschlossene Veranstaltung nur für geladene Gäste. Nein. Gib mir was zu trinken. Sehr wohl, bitte sehr. Sehr wohl, bitte sehr. Wie lange machst du nur das? Sehr wohl, bitte sehr. Ja, okay. Ist recht. Ich wünsche einen schönen Tag. Ja, dir auch. Blutpakete, zehn Stück. Nee. Sonst... Ja, warum... Warum... Ah, wir haben eine Kaffentasse dabei. Vorkriegsgeld. Nie wiegt nix. Stange Zigaretten. Können wir gut verkaufen. Was kann man noch so ablegen? Den Strahlenschutzanzug und die Schildblattbrille. Ich weiß gar nicht, warum wir die mitgenommen haben. Und wo? Kampflinte, Kampflinte, Laserpistole. Ja, die nutzen wir fast nicht. Weg damit. Minigun. Da haben wir wenig Schuss für. Das sind gerade mal zwei Magazine oder so. Trotzdem, das könnte... Die könnte vielleicht uns noch gute Dienste leisten. Abgesägte Schrotflinte tue ich mal weg. Da haben wir die Kampfflinte. Die ist ein bisschen mehr wert. Das hier tun wir auch weg. Heckenschützengewehr. Bringt kaum was. Weg damit. Ähm... Krass, wir sind schon wieder bei 16 Minuten. Beenden. So. Dann schlafen wir mal ein Stündchen. Aber ist sie nicht herrlich und so sweet? Haben wir eigentlich noch... Ich hoffe, es verläuft heute alles nach ihrem Geschmack. Ja, es läuft alles nach meinem Geschmack. Tschüss. Heyho. Hallo. Da bist du. Wo geht's dahin? Ich hoffe, es verläuft heute alles nach ihrem Geschmack. Sie haben etwas Wundervolles getan. Sie sollten stolz auf das sein, was sie geleistet haben. Du hast eine coole Waffe. Darf ich die haben? Hallo. Hallo. Du siehst hässlich aus. Sorry, musste gerade mal sein. Boah. Sag mal, wie lange machen denn die noch Pause? Oder ist das auf der anderen Seite gewesen? Hüpps. Hallo. Hallo. Alter. Was hat der der bitte für eine Stimme? Kann man hier was klauen? Nö. Kann man leider nicht. Na Gott sei Dank. Die ist wieder in der Arbeit. Willkommen in der Boutique Le Chic. Ich bin Lydia Montenegro. Hier bieten wir nur das Beste zu preisen, die ihre Freunde vor Neid erblassen lassen. Ja, 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 ja. Genau. Das ist ein Laden. Sie würden echte Qualität nicht mal erkennen, wenn sie ihn ins Gesicht sprenge. Echte Qualität? Du hast hier einen Riss. Da ist ein Riss. Hallo. Das ist keine Qualität. Das ist einfach nur Scheiße. Genauso Scheiße, was ich auch noch sonst im Ödland finden würde. Ich würde gerne Geschäfte mit ihnen machen. Meine Boutique bietet viele einzigartige Artikel für den anspruchsvollen... Ja, für den anspruchsvollen... Naja, gut, okay. Ich bin überzeugt. Ähm, Pfeilpistole. Nö. Nicht von der. Energiezelle. Boah, ist das alles teuer. Kampffelm, Kampfrüstung. Noch eine Kampfrüstung. Noch eine Kampfrüstung. Sehr gut. Äh. Die kann ich vielleicht auch die Stange Zigaretten verkaufen, oder? Na, sonstiges. Hier zum Beispiel die Kaffeetasse. Brauche ich auch nicht. Stange Zigaretten. Sehr gut. Vorkriegsgeld. Sehr gut. Ähm. Wir schulden ja trotzdem noch sehr mäßig viele. Hast du Stimpaks? Ja, hast du. Sehr gut. Ah. Alles her, auch wenn's jetzt mal mehr kostet. Cram. Cram. Na ja, gut, okay. Ja, mit Stimpaks, das müsste eigentlich erstmal reichen. 44er Schuss. Sehr gut. Her damit. Gott, zahlen wir jetzt viel. 308er Schuss. Auch immer sehr beliebt. Den Rest findet man auch so. Was kostet denn viel? Was kann ich dir denn noch verkaufen? Zuckerbomben. So. Kostet auch nicht viel. Du musst dir doch irgendwas verkaufen können, was dir einigermaßen schmeckt. Und wenn's der Raketenwerfer ist. Irgendwas. Warte mal, wir haben doch saumäßig viel Brennstoff für den Flammenwerfer. Brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Die Minigun behalten wir mal. Ist ne sehr starke Waffe. Den Raketenwerfer ebenfalls. Äh, Sturmgewehr. Energiezelle. Perfekt. Davon verkaufen wir mal 200 Stück. Weil. Die brauchen wir nicht so. Die sind eher für schwache Waffen, wie zum Beispiel die Laserpistole. Und die haben wir ja bekanntlich abgelegt. Akzeptieren. Beenden. War mir ein Vergnügen. Äh, ich muss jetzt los. Einen schönen Tag noch. Ja, dir auch. Und wenn du dieses gekünsteltes Lächeln auch noch absetzt, dann meine ich's vielleicht auch ernst. Willkommen im Kaffee. Äh. Wo? Hast du auch so viel? Oh, das ist auch Stimpaks. Eigentlich verabscheue ich es, Stimpaks kaufen zu müssen. Aber aktuell ist er Zuchtpunga. Okay, ich will nicht wissen, wie die da dran gekommen ist. Ich weiß, was es mit denen auf sich hat. Aber ich verrate es jetzt erstmal nicht. Jetzt haben wir ja schon wieder auch bei der so viele Schulden. Okay. Können wir mal ein bisschen 10 Millimeter loswerden. Kleidung. Äh, nee, behalten wir alles mal. Unser Kampfhelm ist kaputt. Schlecht. Na gut, können wir noch rein reparieren. Und das... 32... 30er Schuss. Alles. Ja gut, okay. 41 Kronkorken ist in Ordnung. Guten Appetit. Ich muss jetzt los. Schönen Tag noch. Ich hab auch nichts zu essen gekauft von dir. Warum sagst du guten Appetit? Okay, das war jetzt eher eine entspanntere Folge. Aber darf ja auch mal sein. In der nächsten Folge ziehen wir auf jeden Fall los in Richtung, äh, Vault... 92 war's. Dann wieder rein ins Ödland. Wir haben einen sehr weiten Weg vor uns. Den wir hier drüber über Mainfield abkürzen. Es ist nicht mehr ganz so weit. Reisen wir gleich mal nach Mainfield. Und... Ja. Ansonsten... Sehen wir uns in der nächsten Folge schon wieder. Wie viel Gewicht haben wir jetzt aktuell? Ziemlich viel. Warum haben wir so viel... Ah, natürlich, weil ja... Ja, natürlich. Ich weiß warum. Wir haben jetzt ordentlich eingekauft. Deswegen haben wir so viel Gewicht. So. So. Erstmal alles reparieren. Äh... Nö, passt eigentlich so weit. Ja gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.